Der DuckTales-Tag, Samstag, im Disney Channel. Janett, bist du noch dran? Ja. Gott sei Dank, wenigstens du bist da. Sag mal, hast du am Samstag Zeit zuzugucken bei uns? Ich glaube schon. Oh ja, da würden wir uns sehr freuen. Jetzt drücke ich dir aber ganz, ganz fest die Daumen, Janett. Ja. Du spielst jetzt mit der Mary Action-Kamera. Ja. Janett, Action-Kamera heißt, du brauchst natürlich eine Kamera, die du durchs Studio schicken kannst. Drei Stück stehen dir zur Auswahl. Ich stelle sie dir der Reihe nach vor, okay? Ja. Du kannst spielen entweder mit meinem Lieblings-Kameramann, dem Fabrice. Ja. Oder aber mit meiner absolut Lieblings-Kamera-Frau, der Uli. Oder mit dem Besten der Besten, dem Christoph. Ja, jetzt musst du dich entscheiden, Janett. Nummer drei. Nummer drei, der Christoph. Jo. Christoph. Oh, der wird ja ganz rot, der Christoph. Du, Janett, den kannst du jetzt in alle Himmelsrichtungen hier durchs Studio schicken. Links, rechts, oben, unten, vorne, hinten. Ja. 45 Sekunden. Und der gelbe Rucksack, den musst du finden, okay? Ja. Toi, toi, toi. Und die Zeit läuft. Rechts. Christoph, rechts, rechts. Christoph, nicht so langsam. Ah, der Christoph ist heute wieder langsam, Janett. Aber wir kriegen das hin. Weiter, die Richtung ist schon mal gut. Guck dich immer gut um. Ja. Immer gut gucken. Rechts, rechts, rechts. Oh, jetzt sind wir schon wieder fast da angelangt. Links, links, links. Links, 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 genau. Links. Sehr gut, zurück. Links. Und gucken, Janett, gucken, du bist ganz warm. Hoch. Hoch, da beim, bei der Tiere. Wo ist der Christoph? Vor oder zurück? Vor, vor, vor. Vor, vor, Christoph, vor. Vor, 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 rechts. Rechts, ein bisschen rechts. Ja. Rechts. Da oben ist er. Sehr gut, Janett. Brav gemacht, Christoph. Ganz toll. Fünf Sekunden wären es nur noch gewesen, Janett. Warte, ich versuche mal zu kriegen. Du kriegst diesen Rucksack von uns. Pass auf, und da ist natürlich auch noch was mit drin, Janett. Pass auf. Ich gucke mal schnell rein für dich. Denn du kriegst nicht nur einen Rucksack, wo du alles Mögliche reinpacken kannst, sondern auch, falls mal in Bremerhaven schlechtes Wetter wird, kriegst du eine Regenjacke von uns, okay? Ja. Eine Live at Five Regenjacke für dich nach Bremerhaven. Und noch was ganz Besonderes. Hast du einen Computer, Janett? Nein, doch. Der Papa, irgendjemand zu Hause? Ja. Wir haben was für dich. Das neue Spiel zum neuen Film. Ein Königreich für ein Lama. Okay? Ja. Viel Spaß damit. Danke. Danke fürs Mitmachen, Janett. Ja. Und drück uns die Daumen. Hier kann ich auch noch zwei Autogrammkarten haben. Klaro, kriegst du. Ja? Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch. Tschüss. 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 Vielen Dank.